Rein- oder rauszählen ist auch eine ganz tolle Art, wie ich ganz sicher sein kann, dass ich jedes Ding, was ich möchte, gezählt habe. Vielleicht hast du eine Kiste mit Bauklötzen oder mit Playmobil-Männchen und du möchtest jetzt einfach mal wissen, wie viele sind es. Bei mir ist es eine Menge von Gummibärchen und ich zähle sie hier raus aus der Schachtel. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Zahl sage, nehme ich ein Gummibärchen aus der Schachtel raus. Und so geht es los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun. Es sind neun Gummibärchen. Ganz schön ist das auch, wenn du das als Aufräumspiel machst. Da sollen ja meistens Sachen wieder rein in irgendeine Schachtel gepackt werden. Auch dabei kannst du ganz toll zählen, wie viele Bauklötze, wie viele Legosteine, wie viele Figuren hast du. Also auch hier können wir nochmal prüfen, sind es immer noch neun, wenn ich sie wieder reinzähle in die Schachtel. Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Immer noch neun Gummibärchen. Viel Spaß beim Aufräumspiel!